Darf der Arbeitgeber einen unbefristeten Arbeitsvertrag nachträglich noch befristen? Bei einem Vertrag kann keine Seite einfach so einseitig an den Bedingungen rumfummeln. Das geht nicht. Das bedeutet, so etwas geht grundsätzlich nur dann, wenn der Arbeitnehmer zustimmt. Solange du also keine Änderungsvereinbarung unterzeichnest, kann dir nichts passieren. Außer, dass der Arbeitgeber vielleicht kündigt. Na ja, dann muss man gucken, ob man sich gegen die Kündigung wehren kann. Wenn du Kündigungsschutz hast, also länger als ein halbes Jahr dabei bist und im Betrieb mehr als zehn Arbeitnehmer arbeiten, ist das ja kein Problem. Wenn du jetzt, was du niemals machen solltest, aber wenn du jetzt aus Versehen doch einen ursprünglich unbefristeten Arbeitsvertrag durch eine Vereinbarung befristet hast, also einfach deine Unterschrift gegeben hast, dann kannst du trotzdem noch prüfen lassen, ob die Befristung überhaupt wirksam ist. Denn in jedem Fall braucht der Arbeitgeber für eine wirksame Befristung deine Unterschrift und noch einen Sachgrund. Das heißt, wenn da einfach nur das ohne Grund befristet wird, dann ist diese Befristung unwirksam und man kann die Befristung angreifen. In dem Fall kann man während des befristeten Arbeitsverhältnisses schon eine sogenannte Entfristungsklage machen. Man kann aber auch abwarten, ob der Chef einem dann einen neuen Vertrag gibt oder die Befristung einfach weiterläuft und dann das Ganze automatisch in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übergeht. Und man kann dann noch bis zu drei Wochen nach Ablauf der Befristung, wenn der Chef das nicht weiterführt, kann man noch eine Klage einreichen. Das heißt, entweder du lässt das schon im laufenden Arbeitsverhältnis klären, kannst du jederzeit bei uns auch mal anfragen, wie die Erfolgsaussichten sind, oder du wartest ab, dann musst du aber bei Beendigung, genau wie bei einer Kündigung, innerhalb von drei Wochen klagen, wenn der Arbeitgeber das nicht weiterführt. Ganz wichtig, dass du diese Frist dann nicht versäumst, weil sonst ist es genau wie bei der Kündigungsschutzklage, du kannst dann hinterher nichts mehr machen. Dein Arbeitsverhältnis ist dann nicht mehr zu retten und auch eine Abfindung ist in so einem Fall nicht mehr drin.